Hier in Gossau bin ich und meine Familie fest verwurzelt. Vor über 70 Jahren haben meine Grosseltern den Scherzinger gegründet und seit fünf Jahren führe ich zusammen mit meiner Schwester das Scherzinger Babycenter und Schlafcenter. Zusätzlich begleite ich als Projektcoach Wirtschaftsstudierende der Fachhochschule Pirne Praxis Arbeiten für Ostschweizer Unternehmen. Besonders stolz bin ich auf mein Team, das 2019 den WTT Young Leader Award gewonnen hat. In der Freizeit sind ich und mein Mann viel am Segeln oder geniessen es zusammen kochen, essen und ein gutes Glas Wein. Ich freue mich sehr über die Nomination und dass ich meine bisherige Berufserfahrung vom internationalen Industriekonzern bis zum Familien-KMU für die Zukunft der Raiffeisenbank einsetzen darf.